Hallo liebe Reiselustigen! Geht es Ihnen auch so? Sie stimmen sich gerade auf Ihren Urlaub ein und überlegen, welcher Reiseführer ist der richtige für Sie? Der Lonnie Planet? Oder doch der Reise-Know-how? Der National Geographic Traveler? Soll ich Ihr was Kulturelles mitnehmen? Oder doch mich mit einem Reisebericht einstimmen? Tja, ich mache das jetzt so. Ich teste das jetzt für Sie und sage Ihnen nach meinem Urlaub ganz genau, wieso Sie den einen dem anderen vorziehen sollten. Oder natürlich, welche Karte Sie mitnehmen können.